Nehmen wir an, Ihr Unternehmen ist gerade dabei, in Mexiko eine Anlage aufzubauen und auf der Baustelle in Betrieb zu nehmen. Wie üblich wünscht der Kunde Anpassungen und Korrekturen, die kleine Änderungen in der Visualisierung nach sich ziehen. Zur Nacharbeit der mexikanischen Sprachumschaltung benötigt der Inbetriebnahmeingenieur ein Tool, mit dem er die Einarbeitung der Änderungen vor Ort sicher und effizient umsetzen kann und das ihm eine Qualitätskontrolle bietet. Wie den DCC Translation Editor Simatic Edition, dem einzigen von Siemens als WinCC, WinCC Flexible Premium Add-on zertifizierten Übersetzungstool. Der DCC Translation Editor ist auf das sichere und effiziente Ändern und Pflegen von mehrsprachigen Simatic-Projektierungen spezialisiert. Dateiexportformate von WinCC, WinCC Flexible, S7 und TIA Portal können eingelesen, intuitiv bearbeitet, übersetzt und dann fachgerecht geschrieben werden. Die Bearbeitung im DCC Translation Editor garantiert dabei 100%ige Formatsicherheit. Außerdem sichert der DCC Translation Editor alle Formatierungen automatisch vor unbeabsichtigten Löschen. Fehler beim Import in die Visualisierung sowie Zeit- und Ressourcen raubende Fehlersuchen werden dadurch verhindert. Die sieben Qualitätssicherungsfilter identifizieren zuverlässig Übersetzungsfehler, wie Zeichenfehler, falsche Zahlen oder auch zu lange Übersetzungstexte und stellen sicher, dass jeder Begriff in sämtlichen Bildern konsistent übersetzt wurde. Durch die in übersichtlicher Tabellenform gehaltene Oberfläche bleibt die Bedienung dabei stets einfach, effizient und aufgabenbezogen. Profitieren Sie bei Ihren Spracherweiterungen von nachweislicher Qualitätssteigerung bei gleichzeitiger Aufwandsreduktion sowie Anwendungssicherheit durch Siemens Zertifizierung und holen Sie sich die kostenlose Testversion des DCC Translation Editor auf www.dcc-global.com